Das sind die Top 10 Anzeichen dafür, dass du ADHS hast und wenn mindestens 5 auf dich zutreffen, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Hier ist ein Test, um zu sehen, ob du ADHS hast. Visier den mittleren Punkt an. Was ist eigentlich eine Diagnose und könnte ich mich eigentlich einfach auch selber diagnostizieren? Willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch über die grossen und kleinen Fragen des Lebens. Abonniert den Kanal und jetzt viel Spass beim Hören. Heute mit mir im Studio Niklas Walder. Mein Name ist Niklas Matter und unser Gast heute ist Nora Mayer. Du warst ja schon einmal bei uns. Sie studiert Klinische und Gesundheitspsychologie. Und heute werden wir auch ein bisschen über Psychologie sprechen, respektive über Diagnosen und vor allem die Frage nach Selbstdiagnosen. Ich habe so ein bisschen rumgeguckt im Internet. In den letzten Jahren ist das immer mehr gekommen, dass es so wie ein Hype gibt um Selbstdiagnosen. Da wird dann Autismus, ADHS, Zwangsstörungen, Angststörungen, Depressionen, aber auch Traumata werden dann einfach diagnostiziert bei sich selbst. Wie sieht man das oder wie läuft das genau? Wie machen die das? Also was passiert oder in den letzten Jahren gab es einen Trend, dass vor allem über Social Media, über Plattformen wie TikTok in erster Linie, da gibt es Influencer und die sprechen dann über ihre eigenen Probleme, über ihre, vielleicht haben manche auch eben psychische Herausforderungen oder haben eine Diagnose und dann erzählen sie etwas von ihrem Alltag eben, was sie herausfordert, wo sie Mühe haben. Und viele Junge, viele Jugendliche konsumieren diese Videos und dann kommt es nicht selten vor, dass sie sich identifizieren können mit dem, was eben da erzählt wird und dann ab und zu eben auch denken, aha, das passiert mir ja eigentlich auch in meinem Alltag. Könnte es sein, dass ich selber auch ADHS habe oder dass ich selber auch depressive Verstimmungen habe oder was man sich da auch. alles diagnostizieren kann und da eben, da liest man dann alles Mögliche drüber, aber viele warnen auch davor, weil das problematisch sein kann, sich selbst zu diagnostizieren, vor allem auch, wenn man so jung ist, weil es ja sein kann, dass manche Dinge, die einem Influencer passieren, dass sie, das kann ja auch, das kann ja auch etwas ganz Normales sein, dass ich zum Beispiel meinen Arbeitskollegen nicht richtig verstehe, muss nicht heissen, dass ich ADHS habe oder dass ich Autismus habe. Es kann auch heissen, dass er sich schlecht ausgedrückt hat, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber deshalb vielleicht meine Frage an dich, Nora. Wo würdest du sagen, wo liegen die Gefahren von sehr schnellen Diagnosen, vor allem von Selbstdiagnosen? Ja, also das Problem liegt ja schon darin, dass man sich eine Diagnose nicht selber geben kann. Das ist, eine Diagnose wird einem gestellt, das ist eine Fachperson, die einem diese stellt und das heißt, es braucht neben der Selbstoffenbarung, braucht es auch eine Person, die sich auskennt, die das Störungsbild kennt und das auch in einem erkennt eigentlich. Also eine Diagnose, es reicht nicht, dass man diese nur subjektiv beschreibt, sondern sie muss auch beobachtet werden von einer Fachperson. Oder vielleicht noch bevor wir über das Problem von Selbstdiagnosen oder zu schnellen Diagnosen reden, könntest du etwas sagen, Nora, also was ist eine Diagnose und wie funktioniert, was ist ein normaler, sagen wir mal, Ablauf, wie man überhaupt zu einer Diagnose kommt? Genau, also unser Krankheitssystem funktioniert so, dass eine Diagnose benötigt wird, damit Gelder fliessen oder Therapien zum Beispiel bezahlt werden oder auch Hilfsmittel gegeben werden, dass man das Anrecht hat auf Unterstützung. Dafür wird eine Diagnose benötigt. In der Psychotherapie ist es ein Muss, dass eine Diagnose gestellt wird, weil die Psychotherapie auf diesen Diagnosen beruht. Also eine Diagnose hat immer einen Ablauf, leitet eine Behandlung ein und so weiter. Gegeben wird sie während mehreren Sitzungen, also wird sie vergeben. Es gibt Psychotherapeuten, die sie nicht offenlegen vor den Patienten, aber behandelt wird nach Diagnosen. Also eine Diagnose zieht immer eine Entscheidungsgewalt mit sich, sei es therapeutisch oder hat Auswirkungen, auch auf finanzielle Mittel, auf die IV, ob Gelder zugesprochen werden, ob man das Anrecht hat, auf Therapie und so weiter. Genau, es ist kein Störungsbild vorhanden, muss selber bezahlt werden. Ja, okay. Jetzt für mich oder aus meiner Erinnerung noch vor einigen Jahren war es gefühlt so, dass man nicht unbedingt eine Diagnose haben wollte. Also man wollte nicht krank sein, man hat sich geschämt, zu einem Psychologen zu gehen, das hatte so ein Stigma, was da mitlief. Und mittlerweile, wenn man solche Trends beobachtet, dann frage ich mich ein bisschen, gibt es eine Gefahr, dass es plötzlich trendy wird, das auch zu haben? Ja, also ich denke, dass auch heute nicht alle Diagnosen ohne Stigma sind. Der Range von psychischen Krankheiten ist riesig, dazugehören Demenz, Schizophrenie, Angstschönungen. Also es sind nicht alle gesellschaftlich akzeptiert, würde ich sagen. Und es gibt tatsächlich auch Nachteile bei manchen Diagnosen, also beispielsweise mit der Versicherung. Also bei manchen Diagnosen, die werden nicht gern gesehen, weil man weiss, dass das extrem kostenaufwendig wird, eine Langzeittherapie benötigt wird und so weiter. Das kann auch Nachteile mit sich ziehen, dass manche Versicherungen die Leute nicht mehr aufnehmen und so weiter. Oder auch manchmal bei den Arbeitgebern nicht gut ankommt. Ja, es ist nicht so, dass alle gesellschaftlich akzeptiert sind, aber es gibt sicher manche, die gesellschaftlich akzeptierter sind. Und so, ja, keine Diagnose zu haben, das ist eine gute Nachricht. Also wenn gesagt wird, dass das, was beschrieben wird, klinisch nicht relevant ist oder nicht das Ausmass einer Diagnose entspricht, dann ist das eine gute Nachricht. Für alle. Gibt es sonst noch problematische Aspekte, die du siehst bei diesem Trend? Ja, also es gibt sicher beispielsweise die Gefahr, dass man eine Diagnose als Ausrede benutzt für das eigene Verhalten oder dass man die Diagnose als Grund braucht, als Entschuldigung für das eigene Verhalten. Also dass man zum Beispiel sich irgendwie komisch verhält und dann sagt, aha, aber ich habe ja scheinbar Autismus und das ist deswegen so. Und es kann ja gut sein, dass es so ist, aber es wäre ein Problem, wenn man das einfach selbst so entscheidet, ohne dass man eine Diagnose wirklich erhält. Oder dass es suggeriert, dass man nichts jetzt machen kann oder dagegen unternehmen oder fördern oder so kann. So wirkt es dann auf mich manchmal, dass sie, ja, das wäre eine Gefahr davon. Dass man eigentlich vielleicht die Schuld für manches, das man auch anders machen könnte, eigentlich external zuschreibt, also etwas anderem und nicht sieht, dass man selber auch Spielraum hat und verantwortlich ist für das eigene Verhalten. Gibt es noch weitere, wie soll ich sagen, Facetten, die du problematisch findest? Ja, schon, wenn eine Diagnose beinahe die Identität ausmacht oder identitätsstiftend ist, weil eigentlich eine Diagnose ist im Grunde einfach eine Aneinanderreihung von Symptomen. Das heißt, die Person zeigt diese Symptome auf, das sagt nichts über ihren Wert aus oder wenn die Diagnose zu viel Raum einnimmt und wenn vergessen geht, dass eine Diagnose immer damit einhergeht, dass Therapie eben stattfindet und eben die Empirie dahinter aussagt, dass man etwas ändern kann, dass man das Verhalten jetzt etwas genauer anschaut und Sachen einüben kann, die im Moment noch nicht vorhanden sind oder wenig vorhanden. Genau, das sehe ich auch als problematisch. Ja, es gibt viel Kritik auch an Diagnosen an sich per se, weil die sind künstlich gesetzt. Also im Gegensatz zu vielen körperlichen Krankheiten haben wir in der Psychologie nicht diese Parameter, an denen man messen kann, ab wann gilt jemand als krank. Und im Medizinischen wäre das insofern anders, weil Sie da irgendwie auf irgendeine Konzentration von Enzymen oder irgendwas im Körper messen können und sagen, ab da ist etwas ungesund oder so. Wir können nicht sagen, dieses Hormon wurde jetzt ausgeschüttet oder das Gehirn hat sich so und so entwickelt, deshalb ist das und das vorhanden. Es geschieht durch Abfragen und das sind subjektive Aussagen. Ja. Und jetzt ist es gleichzeitig ja auch so, es gibt ja sehr ernsthafte psychische Krankheiten und es gibt einen hohen Leidensdruck teilweise. Und für Menschen, die vielleicht ihr Leben lang an etwas leiden, kann eine Diagnose auch etwas Befreiendes haben. Ja, sehr. Vielleicht diesen Aspekt, den müssen wir vielleicht noch kurz umreissen. Wo würdest du sagen, wo liegt der Nutzen von solchen Diagnosen, auch wenn sie vielleicht teilweise künstlich gesetzt sind? Genau. Also sicher gibt es eine Sprache, so wird auch kommuniziert zwischen Fachpersonen, auch wenn man, wenn alle über das ungefähr selbe sprechen, über ein Störungsbild, dann kann man das auch sehr gut erforschen, weil man von dem Gleichen ausgeht. Das ist ein Vorteil. Also man hat eine gemeinsame Sprache und das kann erforscht werden. Es vereinfacht natürlich auch die Sprache, die Kommunikation zwischen den Krankenkassen und so weiter. Und es ist wirklich so, dass die Diagnosen zum Teil extrem viel Erleichterung bringen. Also mir kommt gerade in den Sinn, es gibt beispielsweise ein typischer Inhalt von Zwangsgedanken, wäre beispielsweise die Angst, dem eigenen Kind ein Messer in den Rücken zu schlagen. Und solche Zwangsinhalte sind oft mit sehr, sehr viel Scham besetzt. Es gibt auch viele sexuelle Inhalte und die Personen fühlen sich enormstens alleine und haben das Gefühl, das sagt aus, dass sie eine schlechte Person sind, dass sie so etwas denken und zwar immer und immer wieder. Und wahrscheinlich sind sie schlechte Menschen, weil sie an das überhaupt denken, weil dieser Gedanke überhaupt entstanden ist. Und wenn man diesen Personen zusagen kann, dass es sehr häufige Inhalte von Zwangsgedanken sind und sie nicht alleine sind und man wieder etwas dagegen unternehmen kann, dann ist das natürlich extrem erleichternd, dass das bekannt ist, was sie da erzählen. Und auch, weil oft so viel Leidensdruck vorhanden ist und sie sich sowieso schon abnormal häufig fühlen oder sich fragen, warum sie die Einzigen sind, die mit etwas zu kämpfen haben, das vielleicht von außen auch gar nicht sichtbar ist und sich dann weniger allein fühlen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv. Auch, es kann jetzt positiv oder negativ sein, beides. Es ermöglicht halt auch Prognosen, eben sehr günstige Prognosen, dass man sagen kann, beispielsweise bei den Zwangsgedanken, dass man etwas dagegen unternehmen kann, das ist erwiesen und das kann hoffnungsindizierend sein, hoffnungsfördernd. Und das Gegenteil halt, wenn eine Diagnose kommt, die schwierig ist, chronisch, die man nicht wegkriegt, kann es halt das Gegenteil bewirken. Ja, genau, kann es auch. Es kommt extrem auf die Person darauf an, wie sie es annimmt. Das ist auch der Grund, warum manche eine Diagnose gar nicht sagen, also der Person, weil sie das eben verhindern möchten. Also die Psychotherapeuten warten quasi, sie machen Befragungen, eine Anamnese, sie stellen Fragen, aber sagen dann gar nicht unbedingt gleich. Die Diagnose an sich, oder gar nicht eigentlich. Sie würde dann aufgeschrieben sein auf den Überweisungsschreiben und so, aber nicht mitgeteilt sein. Sie wird zwar danach behandelt, aber sie sagen die Diagnose nicht. Dann wollen sie zum Teil gar nichts wissen von dem, wie quasi aus psychologisch-wissenschaftlicher Sicht über ihr Leiden geredet wird. Also jetzt, aus meiner Erfahrung, habe ich tatsächlich beides erlebt. Ich habe mal in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet für ein Jahr. Nicht alle hatten Interesse daran. Also manche haben einfach ein Leiden beschrieben, dass es ihnen nicht gut geht. Und das hat ihnen gereicht, in dem Sinn. Ja. Spannend. Oder man versteht halt auch nicht alle Diagnosen. Sie haben vielleicht nachgefragt, wenn sie mal eine Diagnose gesehen haben auf einem Papier, auf einer Überweisung. Dann mal nachgefragt. Aber waren nicht per se interessiert. Und viele wissen tatsächlich auch nicht, dass das Ganze auf Diagnosen basiert. Vielleicht noch etwas. Wir haben ja gerade über das Positive oder den Nutzen von Diagnosen geredet. Ich muss gestehen, dass ich da selber nicht betroffen bin. Aber das ist vielleicht eher ein alltäglicheres oder ein harmloseres Beispiel von jemandem, den ich kenne, für den die Diagnose extrem befreiend war, weil er ADHS hat. Und für ihn war das auch als Kind oder als Jugendlicher enorm befreiend, weil sie merkt, ach, das ist irgendwie das, was in mir abgeht. Das ist das, was mich auch in gewissen Situationen hindert. Und dann quasi einerseits die Diagnose und dann andererseits auch quasi das Ritalin zu kriegen, um irgendwie mit dem Lernen damit umzugehen. Und für ihn war es wirklich ein Gamechanger. Und auch gerade, wenn er mit Jugendlichen zu tun hat, sieht er das auch, wie teils Kinder leiden oder denkt, vielleicht müsste man da mal etwas anschauen. Ja, genau. Oder es ihnen auch eine Sprache gibt oder Möglichkeiten zum Beispiel. Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass ich mir, dass ich vielleicht bei ADHS teilweise mir Reize abschirme und nicht mein ganzes Pult voll beladen habe, sondern es wird mir helfen, dass ich Reize abschirme. Ich kann besser damit umgehen. Es gibt ihnen auch Tools. Das kann sicher sehr hilfreich sein. Genau, genau. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Gedanke. Also Diagnosen sind nicht dafür da, dass man sich darin einrichtet, sondern sollten eigentlich Ausgangspunkt sein, um dann auf einen Weg der Heilung zu gehen. Ja, das sind sie auch tatsächlich. Genau, genau. Das sollten sie sein und sind sie auch. Und ich finde es spannend, weil das einen guten Übergang auch gibt zu der christlichen, spirituellen Tradition. Weil durch das Christentum, durch die Geschichte hindurch, waren Formen von Diagnostik auch immer unglaublich wichtig. Also die Unterscheidung und das Erkennen, das sich selbst kennenlernen, zu verstehen, was abgeht in mir drin, das ist jetzt eine andere Dimension als bei psychischen oder psychisch relevanten Erkrankungen. Aber es ist auch so ein bisschen eine Selbstdiagnose. Es geht schon irgendwie um sich selber zu lernen, sich selber zu verstehen, könnte man sagen. Ja, aber es ist ähnlich wie bei der psychotherapeutischen oder psychologischen Diagnosen, dass die Fremddiagnose eigentlich die wichtigere sein sollte. Aber die Eigendiagnose, die ist auch zentral jetzt in diesem Kontext, in einem christlichen Kontext, weil man sich selbst immer wieder prüfen muss, welche Gedanken habe ich jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich? Wieso mache ich das? Also da gibt es ganz viele Ausprägungen davon. Und die Idee ist eigentlich, dass man sich selbst prüft, um dadurch auf einen Weg des Wachstums zu kommen, auf einen Weg des geistlichen Wachstums. Das war eben immer wieder unglaublich wichtig, sowohl aus der Perspektive, eben aus einer selbstdiagnostischen Perspektive, als auch aus einer fremddiagnostischen. Also wo ist das, also was sind das so Beispiele, wo war das besonders wichtig? Also von Anfang an eigentlich. Also man hat das zum Beispiel bei den Wüstenväten, das waren Mönche, die in die Wüste gegangen sind, war das sehr wichtig. Evagrius Ponticus oder Johannes Cassian, die haben diese Tradition so ein bisschen zusammengefasst. Und da ist es unglaublich wichtig, sich selbst zu prüfen. Die haben mit dieser Lehre der acht Hauptlaster, später wurde das zu den sieben Todsünden. Das sind damit so, anhand von diesen Lasten sollte man seine eigenen Gedanken prüfen und schauen, wieso denke ich das jetzt? Hat das irgendwie mit Stolz zu tun? Hat das mit Neid zu tun? Und dieser erste Schritt der Erkenntnis ist unglaublich wichtig, wird von ihnen hoch gewertet, damit man das dann ablegen kann. Oder wie du jetzt gesagt hast, eben bei einer ADHS-Diagnose ist es ja dann so, ah, jetzt verstehe ich, wieso ich so drauf bin und deshalb ist es hilfreich, wenn ich nicht überall Dinge habe, die mich ablenken. Ein bisschen ähnlich ist es vielleicht eben mit dieser Tradition, dass man sagt, okay, meine Gedanken kreisen die ganze Zeit um irgendetwas, deshalb muss ich jetzt etwas dagegen tun. Also es ist eher ein Tool oder die Diagnose dann als eine Durchgangsstation und keine, ich beheimate mich nicht darin, sondern es ist eine Durchgangsstation, es ist eine Aufgabe quasi. Ich merke, ah, mir drückt der Schuh irgendwo und deshalb muss ich dementsprechend irgendwie mein Leben einrichten oder etwas machen. Und in den meisten Fällen ist es ja eigentlich für uns auch völlig intuitiv. Also jetzt medizinisch gesehen, also wenn der Finger gebrochen ist, dann ist es eigentlich relativ logisch, dass man, wenn der so komisch abgewinkelt ist, dann macht man was, damit das wieder gerade ist und wieder funktioniert. Ja, ja, genau. Aber da würde ich sagen, dasselbe in der Psychiatrie, also das Ziel ist ja unbedingt diese Symptomreduktion oder dass der Leidensdruck, der besteht oder die Einbußen im Beruf oder im Beziehungsleben, dass eben die Symptome heruntergehen, sonst müsste man nicht therapieren. Natürlich machen die meisten dann nicht nach fünf Jahren noch einmal die Testung zum Sagen, die ist remittiert, sagen wir mal, oder dass die Symptome heruntergegangen sind, aber das wäre das Ziel, dass jetzt etwas gemacht wird, dass man eben nicht bleibt bei diesen Symptomen. Und deshalb sind eben, was wir am Anfang besprochen haben, dass solche Diagnosen auch identitätsstiftend sein können, deshalb ist das auch problematisch, weil man sich eben dann, weil die Gefahr besteht, ah, okay, ich habe das halt, so bin ich jetzt halt. Aber eben aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch aus Erkenntnissen der Weltreligionen ist eigentlich ziemlich klar, dass die Art und Weise, wie ich im Moment bin, nicht eigentlich einfach vorherbestimmt, wie ich sein werde, sondern dass ich durch mein Verhalten, durch die Art und Weise, wie ich interagiere auch, dass ich da mein Leben, meine Identität verändern kann. Und das geht bis in die Hirnstrukturen, die sich anpassen. Genau, und eine sehr ähnliche Logik ist eben in dieser geistlichen Tradition, vor allem auch dann, wenn es um Askese geht, zum Beispiel, weil Askese genau der Versuch ist, Dinge, Tugenden, gute Strukturen einzuüben. Ja, genau. Und dann auch generell aus theologischer Sicht in der Anthropologie, also was ist der Mensch, dass wir quasi Wesen sind, die auf die Zukunft hin offen sind. Das ist ja nicht ganz klar, also es ist jetzt nicht ganz klar, wer ich werde und in dieser Offenheit ist auch ein Spielraum, mit zu prägen, wer ich werde und wer ich dann am Schluss sein werde, quasi bei meinem Tod. Und dort glaube ich auch eben, dass diese Fremddiagnose so unheimlich wichtig ist. Also Selbstdiagnose ist wichtig und gut und ist eben etwas, was man praktizieren soll, jetzt im geistlichen Sinne, ich sage nicht im psychologischen Sinne, dort kann es hochproblematisch sein. Aber in diesem geistlichen Sinne ist es wichtig, Selbsterkenntnis, Unterscheidung der Geister, Gewissenserforschung und doch muss das immer eingebettet sein, weil man selbst einfach trotz guten Bemühungen nicht alles sehen kann. Man hat blinde Flecken, andere Leute sehen mehr, sowohl Freunde in der Gemeinschaft, aber auch geistliche Begleiter, Seelsorger, Beichtväter. Da war auch immer eben die Funktion, dass diese Menschen einem blinde Flecken aufzeigen oder einem aufzeigen können, wo Probleme sind und vielleicht was man machen muss. Ja, ich denke, das wirkt auch entlastend, wenn jemand von außen, wenn man gar nicht davon ausgehen muss, dass man selber alles erkennen und sehen muss und den Fokus ganz fest bei sich haben muss, sondern dass man auch auf die anderen gehen kann. Und ich nehme mal an, das Indiz für einen geistlichen Begleiter wäre sicher, dass diese Person in irgendeiner Form weiter ist oder eine weitere Sicht hat als man selbst. Das wäre jetzt hier in der Psychiatrie die Fachperson, die die ganze Range an Störungsbildern kennt und weiss, dass dieses Symptom auch in einem anderen Störungsbild vorkommen kann und so weiter. Beim Geistlichen sicher andere Sachen, aber das finde ich eigentlich sehr entlastend, dass man nicht selber alles erkennen muss und einem auch rückgemeldet werden würde, wenn man selber etwas nicht erkennt. Und analog zu der Situation mit deinem Psychotherapeuten, dort ist es ja auch so, noch der beste Psychotherapeut wird für eine Diagnose, die sich nicht selbst stellen, sondern zu jemand anderem gehen. Genau, das wäre unprofessionell, sich eine Diagnose selber zu stellen. Weil man eben auch selbst nicht unbedingt alles sieht, auch wenn man das vielleicht bei jemand anderem sehen würde. Und so wäre es auch bei einem geistlichen Begleiter. Deshalb würde man davon sprechen, dass es wichtig wäre, egal wie heilig oder wie weit man ist auf seinem geistlichen Weg, dass man immer noch jemanden hat, zu dem man geht, wo man eine gewisse Form der vielleicht Rechenschaft abgeben kann oder wo man nachfragen kann, wie siehst du das? Weil sonst ist die grosse Gefahr bei, oder in vielen Fällen, wenn es um Missbrauch geht oder um problematische Verläufe, gerade bei Menschen, wo viele Leute eben sich Orientierung suchen, die grosse Gefahr ist, dass diese Leute nicht mehr über ihre eigenen Probleme gesprochen haben, sondern mehr oder weniger, weil sie jetzt eben Hauptleiter sind. Also quasi an der Spitze einsam werden und dann keine Kontrollmechanismen mehr installiert sind. In diesem Zusammenhang, ich glaube, ich muss das jetzt mal erwähnen, das ist ein schönes, wiederkehrendes Thema, das du immer wieder bringst. Ich freue mich jedes Mal, wenn das kommt. Du hast deine Dissertation ja auch ein bisschen zu dem geschrieben, wie wichtig dieser Gemeinschaftsaspekt ist, auch für unser Denken, für unsere Meinung, wie wir über Gesellschaft denken, wie wir über uns selber denken. Ich finde das schön, du hast das wieder schön zurückgeholt. Wieder zu diesem Gemeinschaftsaspekt. Der scheint mir sehr wichtig. Und es ist lustig, weil ich überhaupt kein Gemeinschaftsmensch bin. Aber in jeder Form, es gibt ja auch Gemeinschaft zu zweit beispielsweise. Konnotierst du Gemeinschaft in grossen Gruppen? Ja, ich konnotiere es jetzt in grossen Gruppen. Und ich bin gar nicht der Mensch, der jetzt von Natur aus so extrovertiert, ich bin voll gern immer in Gemeinschaft, ich tanke richtig auf in Gemeinschaft, das bin ich überhaupt nicht. Dann hast du die Dissertation für dich geschrieben eigentlich. Ja, absolut. Als Aufgabe. Ja, absolut. Ich komme auch immer wieder zu diesem Thema zurück. Nicht, weil ich andere belehren will, sondern ich will mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass es eigentlich wichtig ist. Schön. Wirklich? Ja. Das ist wirklich. Ein weiterer Podcast mit deinem Thema. Also ich finde es wirklich spannend. Ich hatte noch eine Frage, nicht zu deiner Dissertation, obwohl mich die auch sehr interessiert wäre. Du hast ja erzählt, dass die Selbstbeobachtung eine Rolle spielt und man dann entsprechend das Verhalten ändern würde. Das heisst ja, es ist ein Leidensdruck oder die Abwesenheit von Gesundheit da. Wann, ja, wie wird denn jemand beschrieben, der eben handeln sollte? Oder, ja, was soll die, du hast die Laster beschrieben, das heisst ja, die Person ist gewissermassen krank. Oder, ja, ich weiss nicht, wie beschreiben, wie wird denn hier Krankheit und Gesundheit gesehen? Oder wann sollte eingeschritten werden? Das ist eine gute Frage. Also in einem breiteren Sinne sollte natürlich von Anfang an eingeschritten werden, weil in der christlichen Tradition geht man grundsätzlich davon aus, dass Sünde ein Problem ist und dass jeder Mensch bis zu einem gewissen Grade in Sünde verstrickt ist. Und deshalb geht es darum, eben aus dieser Verstrickung rauszukommen. Und das heisst, auf dieser Ebene sind alle krank. Und die Wirkung ist ja auch, sagen wir mal, kosmologisch. Die ganze Schöpfung ist irgendwie davon betroffen. Und beim Menschen ist das quasi auf sämtlichen Ebenen des Lebens, ist das Leben irgendwie beeinträchtigt durch diese Wirkung, also in unserem Erkennen auch ein Stück weit, aber auch generell auf zwischenmenschlichen Beziehungen, dass das Böse oder die Sünde irgendwie da eine lebensfeindliche Macht, könnte man dem so sagen. Und ich glaube, diese Ebene ist unglaublich zentral, auch gerade heutzutage und auch im Zusammenhang mit Selbstdiagnose. Weil ich glaube, es ist wichtig, darüber sprechen zu können, dass wir in einer kranken Welt leben, also in einer sündhaften Welt leben, weil man da dann eben auch einen gewissen Unterschied machen kann zu pathologischen Fällen. Also wir sind alle irgendwie krank, aber das heisst nicht, dass wir alle diese spezielle Form einer psychischen Krankheit haben. Sorry, aber das ist, finde ich, auf eine paradoxe Art das Schöne am Sündenbegriff. Also dieses inklusive Moment im Sinne von, die ganze Schöpfung ist betroffen, der andere, aber halt auch ich selber. Und ich selber bin auch in meinen eigenen Empfindungen, in meinen Wünschen und so irgendwie teils Böse und Korrektur, nicht immer so nett, jetzt mal gesagt, irgendwie sehr bruchstuckartig gesagt, nicht so nett, nicht so gut, wie ich das immer sein möchte. Und dieses inklusive Moment der Sünde finde ich enorm wichtig. Weil es quasi der Welt und auch ihrem fragmentierten und bösen Zustand oder schlimmen Zustand auch, sagen wir jetzt mal, eine Diagnose gibt. Ja, und es zieht auch alle in die Rechnung mit ein oder bezieht sie alle mit ein. Und das, was ich beschreibe, ist halt im pathologischen Bereich und wäre aber an einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden oder nicht, dann würde reagiert werden. Und das, was ihr beschreibt, betrifft alle, zieht alle mit Leidenschaft. Und alle in die Verantwortung zu sagen, also quasi diese Schöpfung eine Diagnose zu stellen, irgendetwas liegt im Argen in der Schöpfung und wir alle sind irgendwie in die Pflicht und in den Auftrag genommen uns für eine Besserung einzusetzen. Auf welcher Plattform ihr auch seid, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, lasst uns ein Like da oder gebt uns ein Rating. Danke.